Level 3, Minus 116, Amen-Uhr Im vorletzten Takt spiele ich einen C-Akkord und wechsle dann mit dem dritten Finger auf G, spiele keinen Akkord mehr dazu und gehe wieder zurück zum C. Ich spiele mal langsam den vorletzten und letzten Takt. C, G-Bass und C. C, G-Bass, C. Wir können gemeinsam spielen. Ich zähle bis zwei, bei drei beginne ich zu singen. Eins, zwei. Der Mond erscheint, das Kinderlein weint. Der Mond erscheint, das Kinderlein weint. Die Glock schlägt zwölf, die Glock schlägt zwölf, dass Gott doch allen Kranken hilft.